Herzlich willkommen bei vegan und autark, Leben im Tiny House. Ich bin Michael und auf meinem YouTube-Kanal kannst du mich auf meinem Weg begleiten, von dem Leben in der Stadt hin zu dem Leben auf dem Land, von dem Leben aus einer ganz normalen Stadtwohnung hin zu dem Leben in einem ganz besonderen Tiny House. Und ja, damit herzlich willkommen, willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Es war ja jetzt längere Zeit still und ich habe ganz bewusst auch eine längere, ja, wie soll man sagen, Kunstpause hier eingelegt bei mir auf YouTube. Diejenigen, die meinen Kanal kennen, wissen, dass mein Tiny House seit letztem Jahr im November einen Wasserschaden hat und es leider bis zum heutigen Tag unbewohnbar ist. Ich sitze auch gerade nicht in meinem Tiny House, wie du siehst, sondern in einer Mietwohnung ganz in der Nähe. Und ja, bevor ich jetzt jedes Wochenende am Sonntag mich in einem Video eigentlich nur darüber ärgere, wie blöd meine aktuelle Lebenssituation ist, und das ist sie tatsächlich, ja, habe ich mir gedacht, schweige ich lieber zu dem Thema. Und meine Idee ist eben, dass wenn mein Tiny House dann repariert ist und dieser ganze Prozess irgendwo auch abgeschlossen ist, dass ich mich dann einmal wirklich dazu äußere und auch die ganzen Fragen beantworte, die auf verschiedensten Wegen an mich herangetragen wurden. Also es gibt da auf der einen Seite eine große Anteilnahme an meiner aktuellen Situation, für die ich sehr dankbar bin. Also ja, danke. Und eben auch auf vielen Wegen Nachfragen von Menschen, die sich allgemein für das interessieren, was ich mache, oder auch ganz speziell für Tiny Houses von der Firma Wohnwaggon. Und ja, insofern möchte ich da auch gern was zu sagen, aber es macht halt keinen Sinn, zwischendurch irgendwas dazu zu sagen. Ja, und bis es soweit ist, heißt es sich in Geduld üben und abwarten und Tee trinken. Und ich hatte mir gedacht, dass es jetzt aber langsam wieder an der Zeit ist, wieder mit YouTube anzufangen oder wieder weiterzumachen. Und dass wir beide uns einfach mal die Zeit vertreiben und uns interessante Videos zum Thema Tiny Houses anschauen. Und ich habe auch ein sehr interessantes gefunden. Das ist von dem Tiny House YouTube-Kanal Living Big in a Tiny House. Also das ist der größte englischsprachige oder auch der größte YouTube-Kanal zum Thema Tiny Houses mit viereinhalb Millionen Abonnenten. Und an dem kommt man gar nicht vorbei. Und da gibt es normalerweise eben Roomtours und verschiedene Tiny Houses werden vorgestellt. Und jetzt gab es aber ein Video von dem Kanal, wo es um die vermeintlich dunkle Seite, also die Dark Side der Tiny Houses geht. Und der Kanal ist englischsprachig und ich habe jetzt einfach mal aus Interesse dieses Video, weil es mich auch einfach interessiert, mal mit der KI übersetzt. Die Sachen sind ja auch für was gut. Und ja, meine Idee ist, dass wir beiden Hübschen uns das jetzt einfach mal zusammen anschauen. Und ich bin mal gespannt. So, los geht es! Schon sehr lange haben mich Leute gebeten, ein Video darüber zu machen, was ich am Leben in einem Tiny House nicht mag. Ich denke, eure Erwartung ist, dass ich ein Video mache, in dem ich über die Probleme des wenigen Stauraums spreche oder darüber, wie schnell ein kleiner Raum unordentlich wird oder wie mühsam es ist, ein Bett in einem Schlafloft zu machen. All diese Dinge stimmen, aber ich kann mit ihnen leben. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Tiny House Bewegung leider auch eine echte dunkle Seite hat. Und darüber möchte ich in diesem Video sprechen. Nein, das ist doch alles schön. Es versteht sich von selbst, dass ich Tiny Houses liebe. Ich habe zehn Jahre meines Lebens der Erforschung der Tiny House Welt, des alternativen Wohnens und der Einrichtung kleiner Räume gewidmet. Und ich glaube heute mehr denn je an Tiny Houses. Tiny Houses bieten uns ein neues Modell des Wohneigentums, das es uns ermöglicht, ein eigenes Haus zu besitzen, ohne dass wir dazu ein Grundstück besitzen müssen. Die Minimalisierung ermutigt uns, herauszufinden, was uns... Okay, also man merkt schon, er ist auf jeden Fall, es wird zwar anscheinend ein kritisches Video, aber er ist auf jeden Fall nach wie vor Verfechter des Tiny, ja, das Leben in einem Tiny House. Er sagt hier, dass man kein Grundstück dazu braucht. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich würde sagen, man braucht auf jeden Fall ein Grundstück für sein Tiny House. Das sollte aus meiner Sicht sogar die erste, ja, der erste Punkt auf der Liste sein, dass man sich erst ein Grundstück sucht und dann das Tiny House dazu, denn ansonsten hat man eben Tiny House und hat einfach keine Stellplatzmöglichkeit. und ja, so daran sieht man eben auch viele Tiny Houses, Tiny House Träume einfach zerplatzen. Was wirklich wichtig im Leben ist, Konsum und Verschuldung kritischer gegenüber zu stehen und uns stattdessen auf die Dinge zu konzentrieren, die uns wirklich Freude bereiten. Das stimmt auf jeden Fall. Wo also finde ich in all dem die Dunkelheit? Nun, lass uns einige der Aspekte beleuchten, die ich an der Bewegung der Tiny Houses am meisten kritisiere. Die Legalität. Meiner Meinung nach sind selbstgebaute Tiny Houses ein grundlegendes Menschenrecht. Das Recht, sich eine bescheidene Unterkunft zu bauen, die unsere grundlegendsten Bedürfnisse befriedigt. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich würde eben auch noch den Schritt weiter gehen. Das, was ich gerade schon angemerkt habe, aus meiner Sicht ist es auch ein grundlegendes Menschenrecht, dass jeder von uns, egal wo er lebt auf diesem Planeten, 1000 Quadratmeter Minimum zur freien Verfügung hat, dass die einem gehören sollten. Und das gehört aus meiner Sicht eben zu diesem eigenen Haus, was er richtigerweise sagt. Noch dazu, ich würde noch einen Schritt weiter gehen sogar. Aber Tiny Houses befinden sich vielerorts weiterhin in einer rechtlichen, bürokratischen Grauzone. Die Tiny House-Bewohner leben vielerorts unter der ständigen Bedrohung, aus ihren Häusern geworfen zu werden. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Viele der Orte mit den schärfsten Vorschriften für Tiny Houses sind dieselben, in denen gleichzeitig die Obdachlosigkeit am weitesten verbreitet ist. Ja, das ist in der Tat etwas dumm. Crazy. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass keine Regierung das moralische Recht hat, Menschen aus sicheren, einfachen Unterkünften wie Tiny Houses zu vertreiben, während Tausende ihrer Bürger auf der Straße oder in ihren Autos schlafen. Und doch ist es manchmal genau das, was sie tun. Es gibt jedoch Hoffnung am Horizont. Dank der erstaunlichen Arbeit von Tiny House-Aktivistengruppen rund um den Globus, wie der American Tiny House Association, der Australian Tiny House Association, der New Zealand Tiny House Association und so weiter. Dank der außergewöhnlichen Arbeit dieser unermüdlich arbeitenden Aktivistenorganisationen sind Tiny Houses inzwischen an vielen Orten auf der ganzen Welt legalisiert. Aber die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Während die Lebenshaltungskosten steigen und die Zahl der unsicheren Wohnverhältnisse weiter zunimmt, ändern sich die Gesetze zu langsam, um mit der Nachfrage nach kleinen Häusern Schritt zu halten. Die meisten unserer Regierungen haben politische und steuerliche Strukturen geschaffen, die wohlhabende Menschen dazu ermutigen, immer mehr Eigentum anzuhäufen, was die Immobilienkosten in die Höhe treibt und selbst Menschen aus der Mittelschicht dazu zwingt, ein Leben lang zur Miete zu wohnen. Ja, und da adressiert er eigentlich auch das wirkliche Problem. Klar ist es an der Oberfläche, dass man irgendwie keine Stellplätze findet oder dass einem irgendwelche Mieten zu teuer erscheinen, was alles halt hochgetrieben wird. Aber hier benennt er eben auch richtigerweise Ross und Reiter. Und das ist in der ganzen Debatte auch notwendig, auch darüber zu sprechen und das zu kritisieren. Also absolut gut. Im Allgemeinen tun die Regierungen nicht viel mehr als symbolische Gesten, um den Menschen zu helfen, eine eigene Wohnung zu finden. Wenn es um die Politik und die Tiny House Bewegung geht, möchte ich jedoch klarstellen, dass die Tiny House Bewegung nicht um Almosen bittet. Im Moment bitten wir einfach die Regierungen, uns aus dem Weg zu gehen, während wir versuchen, selbst Lösungen zu finden. Zumindest sollten die Regierungen proaktiv daran arbeiten, einen freundlichen und praktikablen Rechtsrahmen für Tiny Houses in ihren Regionen zu schaffen, der eine große Eintrittsbarriere für viele beseitigt, die sich über die rechtlichen Auswirkungen des Lebens in einem Tiny House Sorgen machen. Im Moment jedoch bleibt der Bau eines Tiny Houses in den meisten Fällen ein wertvoller Akt des zivilen Ungehorsams. Die Kosten. Im Laufe der Jahre sind die Kosten für den Bau von Tiny Houses explodiert. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie sich Tiny Houses von etwas, das extrem erschwinglich zu sein schien. Ja, also auch jedes Mal, wenn ich irgendwo im Internet was darüber lese, das Thema Kosten ist immer der Hauptstreitpunkt, bei dem es wirklich jedes Mal abgeht und auch eskaliert. Und die Preise haben sich in der Tat extrem entwickelt, genau wie er das hier gerade sagt. Zu etwas entwickelt haben, das für viele jetzt ein Wunschtraum ist. Es gibt mehrere Faktoren, die die Kosten für Tiny Houses im Laufe der Jahre erheblich in die Höhe getrieben haben. Der erste und wahrscheinlich wichtigste Grund ist die grassierende Inflation. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, in dem wir durch die Inflation ständig unserer Kaufkraft beraubt werden. Im Moment spürst du die Inflation jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst oder dein Auto volltankst. Auch kleine Häuser sind von den steigenden Kosten betroffen, die durch die Geldentwertung verursacht werden. In den letzten Jahren haben sich die Materialkosten für wichtige Baumaterialien wie Holz und Sperrholz mehr als verdoppelt, sodass selbst der Bau eines durchschnittlichen Selbstbau-Tiny Houses inzwischen weit über 60.000 neuseeländische Dollar kostet. Dies ist übrigens der Grund, warum ich Gold und Silber als das einzig wahre Geld betrachte. Und das ist eine gute Gelegenheit, um über den Unterstützer dieser Folge zu sprechen. Ich freue mich sehr mit diesem Unter... Ja, jetzt kommt natürlich hier sein Sponsor, aber ich finde fairerweise, da das ja sein Video ist, hören wir es uns mal an. Und Gold und Silber finde ich auch vernünftig. Habe ich auch, beziehungsweise zumindest Silber, Gold, naja. ...neben zusammenzuarbeiten, weil es mit einer echten Leidenschaft... Achso, ja, es gab ja mal ein Goldverbot, es gab aber noch nie ein Silberverbot. Das ist der Hintergrund davon, ne? ...schaft von mir zu tun hat. Du weißt das vielleicht nicht über mich, aber ich bin ein Wirtschaftsfreak und im Grunde meines Herzens ein kleiner Prepper. Ich habe sehr wenig Vertrauen in die Regierung, mag keine Banken und habe keinen Respekt vor Papiergeld, das durch inflationäre Kräfte ständig an Kaufkraft verliert. Deshalb habe ich seit meinem 19... Das darf man aber eigentlich auch schon nicht mehr sagen, ne? Ich vertraue der Regierung nicht, das ist aber schon sehr verdächtig. Ich habe im 19. Lebensjahr einen großen Teil meiner Ersparnisse in physisches Gold und Silber investiert. Durch die Investition in diese Edelmetalle glaube ich, dass meine Ersparnisse sicher bleiben. Ganz gleich, was in der allgemeinen Wirtschaft passiert. Deshalb freue ich mich sehr über die Partnerschaft mit ITM Trading. Ich liebe die Vorstellung, dass ich in eine Zeitmaschine springen, 5000 Jahre zurück ins alte Sumerien oder in eine andere bekannte menschliche Zivilisation reisen und diese Silbermünze ausgeben könnte, um auf einem Markt Waren zu kaufen. Das kann ich von keiner Fiat-Währung und nicht einmal von Bitcoin behaupten. Im Laufe der Geschichte sind über 4000 Fiat-Währungen gescheitert, während Gold und Silber stets echtes Geld geblieben sind. Und deshalb habe ich mich entschieden, in Gold und Silber als Teil meiner persönlichen Finanzstrategie zu investieren. ITM Trading ist seit den Anfängen meiner Investitionsreise in Edelmetalle meine erste Anlaufstelle für Informationen. Ja, um das vielleicht jetzt mal nicht zu so einem totalen Werbespot verkommen zu lassen. Also in Deutschland habe ich zum Beispiel mein Silber bei der Degussa gekauft. Aber es gibt natürlich noch zig andere Anbieter, die einem sowas ermöglichen. Den hier kenne ich jetzt nicht, aber... Mit über 28 Jahren Erfahrung in der Branche nutzen sie ihr Wissen, um dir zu helfen, eine persönliche Anlagestrategie zu entwickeln, die deinen Bedürfnissen am besten gerecht wird. Wenn dich das interessiert, dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Ja, ich habe den Link da auch mal gelassen. Es wird sich Zeit für dich nehmen, um deine Fragen zu beantworten und dir die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die du benötigst, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, was für deine persönliche Situation am besten ist. Das ist ja kein Finanzkanal. Vielen Dank an ITM Trading für die Unterstützung dieses Videos und die Ermöglichung dessen, was wir tun. Nun zurück zu Tiny Houses. Abgesehen von den inflationären Kräften, die die Kosten für Tiny Houses in die Höhe treiben, ist es auch wahr, dass Tiny Houses im Allgemeinen nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Mit dem Wachstum der Tiny House Bewegung haben sich auch die Designs weiterentwickelt. Der Markt für luxuriöse Tiny Houses hat sich explosionsartig entwickelt. Für mich ist das auch in Ordnung. Ein großer Vorteil der Winzigkeit ist, dass man die Qualität erhöhen kann, indem man die Größe reduziert. Ja, genau das habe ich zum Beispiel gemacht. Also mir war es, ich konnte keinen Abstrich bei der Qualität meines Tiny Houses machen. Aber ich konnte insgesamt Abstriche bei der Größe meines Hauses machen. Und genau das ist ja eine Möglichkeit, die sich daraus dann eben auch ergibt. Aber das treibt natürlich auch die Kosten in die Höhe. Viele Menschen können sich das leisten und das finde ich großartig. Eine der größten demografischen Gruppen, die Tiny Houses bauen, sind die Babyboomer, die in den Ruhestand gehen. Ja klar, die können sich das in der Regel leisten. Viele aus dieser Generation stehen vor der Situation, dass sie ihr ganzes Leben lang Hypotheken gezahlt haben und ihr gesamtes Kapital in ihren Häusern gebunden ist und sie sich verkleinern müssen, um Kapitalressourcen freizusetzen, damit sie im Ruhestand eine gute Lebensqualität haben. In diesem Fall opfern sie Quadratmeter für finanzielle Freiheit. Daher ist es... Ist natürlich auch ein risikoreicher Ansatz. Also Quadratmeter zu opfern für finanzielle Freiheit. Ja, muss halt alles klappen mit dem Tiny House. Ansonsten hast du mit Zitronen gehandelt und deine wertvollen Ersparnisse gehen den Bach runter. Es ist nur logisch, dass sie in die bestmögliche Vorsorge für ihren Ruhestand investieren. Das Thema der steigenden Kosten bringt mich zu einem weiteren Punkt, der mir an der Tiny House Bewegung missfällt. Ich finde es toll, dass so viele Menschen aus Liebe zum einfachen Leben in winzigen Häusern leben wollen. Aber ich hasse es, dass andere durch Ungleichheit dazu getrieben werden. Ja, das sind halt auch eigentlich im Endeffekt diese zwei extremen Gruppen, die eigentlich auch miteinander nicht wirklich vergleichbar sind. Als ich noch im Tiny House Village gelebt habe, da kamen eben auch genau diese beiden Gruppen aufeinander zu. Auf der einen Seite hatten wir Leute, die einfach wirklich ihr Leben minimalisieren wollten, aber im Endeffekt genug finanzielle Mittel hatten. Und dann hatten wir halt Leute, die ihr Leben minimalisiert haben, einfach weil sie es mussten. Und das hat natürlich auch für sozialen Sprengstoff vor Ort gesorgt. Das sind natürlich verschiedenste Welten, die da aufeinander treffen. Dazu kommt, dass die extremen Wohnkosten bedeuten, dass die Hürden für den Zugang zum normalen Wohnungsmarkt höher sind denn je. Nehmen wir als Beispiel die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Auckland, Neuseeland, wo der durchschnittliche Hauspreis gerade bei 1,2 Millionen neuseeländischen Dollar liegt. Bei einer 10-prozentigen Anzahlung würde die monatliche Rückzahlung einer Hypothek mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 6,9 Prozent derzeit 7.000 Dollar pro Monat betragen. Das durchschnittliche Jahresgehalt hingegen liegt derzeit bei knapp 80.000 Dollar. Das bedeutet, dass Menschen aus der Mittelschicht heute keine herkömmlichen Häuser mehr kaufen können. Und diejenigen, die es doch schaffen, sind mit einer enormen Schuldenlast belastet. Das ist echt verrückt. Daher entscheiden sich viele Menschen, die in früheren Generationen normale Häuser gekauft hätten und über ein vergleichsweise gutes Einkommen verfügen, stattdessen für den Bau winziger Häuser. Und auch diese Bevölkerungsgruppe ist bereit, mehr Geld auszugeben, um ihre Häuser so gut wie möglich zu gestalten. Wenn diese Menschen ihre Häuser für den Betrag bauen, der einer Anzahlung für ein herkömmliches Haus entspricht, entkommen sie so der Mietpreisfalle und haben mehr finanzielle Mittel für sich selbst zur Verfügung. Oftmals nutzen sie Tiny Houses als Zwischenlösung, indem sie in Tiny Houses leben, während sie für ein Grundstück sparen oder um ihr Haus in der Zukunft vergrößern zu können. Das bedeutet, dass Tiny Houses einen wertvollen Beitrag leisten. Sie sind einfach notwendig geworden. Aber ich kritisiere die Tatsache, dass immer mehr Wohnraum von immer weniger Menschen besessen wird. Es ist moralisch falsch, dass dies geschieht. Angesichts der hohen Kosten für den Bau eines Tiny Houses müssen diejenigen, die Tiny Houses trotzdem als erstrebenswert erachten, wissen, dass die Do-it-yourself-Bewegung der Tiny Houses noch immer lebendig und gesund ist. So oft wie möglich versuchen wir, diese Geschichten von Menschen zu veröffentlichen, die ihre Häuser für unglaublich wenig Geld selbst gebaut haben, um zu zeigen, dass es immer noch möglich ist und dass man es immer noch tun kann. Man muss nur einfallsreich sein. Nachteile und unseriöse Hersteller. Diesen Teil hasse ich wirklich. Leider hat die weitgehend unregulierte Tiny House Bewegung eine gewisse Anziehungskraft auf unseriöse Hersteller und Betrüger. Allzu oft haben wir Geschichten von winzigen Häusern gehört, die mit Konstruktionsfehlern behaftet waren. Es gibt Fälle, in denen Hersteller ihre Baugenehmigung verloren oder nie erhalten. Ja, und das ist halt das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn du wirklich aus finanzieller Not dein Einfamilienhaus verkaufst und deine gesamten Ersparnisse opferst und dann im Endeffekt noch auf irgendeinen Betrüger reinfällst, dann hast du halt wirklich mit Zitronen gehandelt. Dann stehst du ganz dumm da. Und ich kann es eigentlich auch niemandem empfehlen, das zu tun. Also für mich ist es zu risikoreich. Ja, tatsächlich. Also wenn man Lust hat und genug Geld und finanzielle Mittel dazu zur Verfügung hat, dann ja, kann man das machen. Aber ich finde es einfach zu risikoreich, quasi sein normales Haus gegen ein Tiny House zu tauschen. Ja, da müsste schon sehr viel Geld überbleiben, wenn man das macht. ... haben und deshalb Tiny House Bauunternehmen gegründet haben, bei denen es aufgrund der weitgehenden Unregulierung... Ja, ich gehe hier nochmal einen Taten zurück. Warte mal. ... in denen Hersteller ihre Baugenehmigung verloren oder nie erhalten haben und deshalb Tiny House Bauunternehmen gegründet haben, bei denen es aufgrund der weitgehenden Unregulierung keine Inspektionen und nicht einmal wirkliche Standards gibt, nach denen gebaut wird. Dadurch gerät die Branche insgesamt, die eigentlich mit phänomenalen Herstellern besetzt ist, oft in einen schlechten Ruf. Ja, und ich glaube, das ist auch ein generelles Problem, dass es einfach keine branchentypischen Standards einfach gibt, so nach dem Motto, dass klar definiert ist, was ist ein Tiny House, was muss das können, wie geht man mit den vorhandenen Problemen um, die es da gibt oder nennen wir es mal lieber Herausforderungen und ja, also dass es irgendwie da keine Akkreditierung von irgendwem gibt und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen wird. In den schlimmsten Fällen haben wir gesehen, wie Betrüger das Versprechen von Tiny Houses ausgenutzt haben, um Menschen um ihre hart verdienten Ersparnisse zu bringen. Bevor du dich für einen Hersteller entscheidest, informiere dich in spezifischen Onlineforen oder bei Kunden, die bereits mit diesem Hersteller zusammengearbeitet haben. Versuche Leute zu finden, die ihr Haus erst kürzlich gebaut haben, damit du ein aktuelles Feedback bekommst. Sichere dich vertraglich ab. Es ist normal, dass du eine Anzahlung leistest und dann eine Ratenzahlung je nach Baufortschritt. Es ist höchst ungewöhnlich, dass du den gesamten Betrag im Voraus zahlen musst, es sei denn, der Bau ist bereits abgeschlossen. Letztendlich solltest du, wie bei jeder anderen größeren Investition im Leben, darauf achten, dass du mit einem vertrauenswürdigen Hersteller zusammenarbeitest und rechtlich und vertraglich abgesichert bist. In diesem Zusammenhang solltest du dich vor billigen Fertighäusern hüten, die aus Ländern wie China importiert werden. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass diese Häuser in Ordnung sind, aber es besteht auch die Gefahr, dass die elektrischen Vorschriften nicht eingehalten werden und eine ganze Reihe anderer Probleme auftreten. Lass uns nun über die Finanzen sprechen. Banken sind eine Abzocke. Während unsere Banken Rekordgewinne melden, werden wir unter der Last der Zinsen erdrückt. Da Tiny Houses technisch gesehen als unbesicherte Vermögenswerte gelten, wie zum Beispiel Autos, ist es in den meisten Fällen immer noch nicht möglich, eine Hypothekenfinanzierung für Tiny Houses zu erhalten, sodass Menschen, die eine Finanzierung benötigen, diese als Privatkredit aufnehmen müssen. Einige dieser Privatkredite haben inzwischen Zinssätze, die nicht weit von denen von Kreditkarten entfernt sind. Und bei dem Gedanken daran wird mir schlecht. Es bleibt zu hoffen, dass mit zunehmender Popularität der Tiny House Bewegung mehr Banken bessere Kreditkonditionen für diese kleinen Häuser anbieten werden. Höchstwahrscheinlich wird dies der Fall sein, sobald ein besserer rechtlicher Rahmen für Tiny Houses vorhanden ist. Auch über die Versicherung müssen wir sprechen. Versicherungen können für winzige Häuser wirklich schwierig sein. Das ist kein universelles Problem. Und auch hier gilt, dass es mit dem Wachstum der Tiny House Bewegung an einigen Orten, wie zum Beispiel in den USA, inzwischen sogar Unternehmen gibt, die sich ausschließlich auf die Versicherung von Tiny Houses spezialisiert haben. Es wäre kein Video über die Schattenseiten von kleinen Häusern, wenn wir nicht auch über Stellplätze sprechen würden. Für diejenigen, die bei der Wahl ihres Standorts relativ... Ich habe das hier gerade mal mit Stellplätzen übersetzt. Er spricht hier von Parking, aber Parkplätze ist aus meiner Sicht irgendwie irreführend. Also du brauchst einfach einen Stellplatz aus meiner Sicht, eben auch idealerweise ein eigenes Grundstück für dein Tiny House. Alles andere, es ist eben kein Wohnwagen oder ein Campingmobil, mit dem du rumfahren kannst, sondern es ist baurechtlich eben ein Haus in Deutschland. Und ansonsten, ja, es geht einfach nicht. Flexibel sind, ist es in der Regel nicht schwierig, einen Stellplatz für ein kleines Haus zu finden. Wir haben diesem Thema bereits ein ganzes Video gewidmet, denn es gibt ein paar Dinge, die du dabei beachten musst. Genau wie bei der Anmietung eines fremden Hauses hast du auch bei der Miete oder Pacht eines Stellplatzes für ein winziges Haus nicht die Kontrolle. Hoffentlich hast du einen tollen Vermieter oder Verpächter, aber in manchen Fällen haben die Leute nicht so viel Glück. Wenn es Probleme mit dem Grundstückseigentümer gibt, bist du in der Regel nicht durch die gleichen Mietgesetze geschützt wie bei herkömmlichen Mietverträgen. Auch hier ist es wirklich wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, einen Vertrag zwischen dir und dem Grundstückseigentümer aufzusetzen, um sicher zu... Ja, hier nochmal der Link an meine eigene Geschichte. Also genau das Problem hatten wir eben im Tiny House Village in Mehlmeise, dass wir einfach keinen Mieterschutz hatten und innerhalb von drei Monaten einseitig gekündigt werden konnten und einfach auf die Straße gesetzt werden konnten, einfach wenn uns die Nase nicht mehr gefallen hat seitens der Grundstückseigentümer. Und das ist leider auch in vielen Fällen passiert. ...zustellen, dass alles klar vereinbart ist, bevor du dein winziges Haus auf das Land von jemandem stellst. Nach all dem Gesagten ist es zwar wichtig, sich möglicher Fallstricke bewusst zu sein, aber ich hoffe wirklich, dass ich niemanden davon abgehalten habe, den Sprung in das Leben in einem kleinen Haus zu wagen. Das Wichtigste ist, dass du mit offenen Augen an die Sache gehst und sicherstellst, dass du dich absicherst und schützt. Es ist wie das Sprichwort sagt, vertraue auf Gott, aber binde dein Pferd an. Trotz dieser dunklen Elemente der Tiny House Bewegung kann ich gar nicht genug betonen, wie sehr ich Tiny Houses liebe. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich für den Bau und das Leben in winzigen Häusern entschieden haben, machen überwältigend positive Erfahrungen, aber es ist wichtig, mit offenen Augen an die Sache zu gehen. Informiere dich, gehe deiner Sorgfaltspflicht nach und mache dein Ding. Jo, ja, das war das Video. Ich persönlich habe es als sehr interessant empfunden. Natürlich alles unter Vorbehalt. Es ist eine Übersetzung. Ich habe mir dabei Mühe gegeben, aber es muss natürlich alles nicht richtig sein. Deswegen habe ich auch nochmal das Originalvideo hier unter diesem Video verlinkt. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Weiß ich nicht, stimmst du allem zu, was er gesagt hat? Wie gesagt, also ich tue es größtenteils schon, hast du ja gehört. Ich würde es an ein paar Stellen nochmal erweitern, insbesondere das, was eben ein eigenes Grundstück angeht. Das sehe ich, sage ich mal, noch ein bisschen extremer, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Aber die anderen Punkte kann ich mich nur anschließen. Das sollte man im Hinterkopf behalten und ist auf jeden Fall nicht übertrieben, das in Anführungszeichen die dunkle Seite von Tiny Houses zu zeigen. Ja, ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt, vegan und autark leben im Tiny House. Vielleicht gibt es ja dann auch schon wieder Neuigkeiten bezüglich meines Tiny Houses, was sich noch in der Reparatur oder in der Renovierung befindet. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dahin und mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.